Mein Name ist Dirk Frischauf und ich bin Inhaber der Lara Kleiderfabrik und der Bonatelli Factory Stores. Wir müssen uns heute einmal ganz dringend über das Thema Krawatte unterhalten. Viele Kunden kommen zu uns, weil sie einen Anzug brauchen. Wenn der Anzug ausgesucht ist, geht es zum Hemd und zur Krawatte. Krawatte? Ich trage keine Krawatte mehr. Das oder so ähnlich hören wir an dieser Stelle immer wieder. Bei uns kaufen sie aber nicht nur einen Anzug, bei uns kaufen sie Stil. Und wenn sie keine Krawatte tragen wollen, dann sollten sie eigentlich auch keinen Anzug kaufen. Ein Anzug wird nämlich erst dann interessant, wenn er mit einer Krawatte kombiniert ist. Eine Krawatte macht das ruhige und dezente Gesamtautfit mit Farbe und Muster erst richtig interessant. Mit Krawatten können sie auf Reisen mit ein und demselben Anzug ihr Outfit jeden Tag neu verändern. So reisen sie mit leichtem Gepäck und sind trotzdem jeden Tag neu anders angezogen. Machen sie doch einmal einen Selbstversuch vor einem Spiegel. Sie werden zu einem überraschenden Ergebnis kommen. Gerne auch bei uns. Wir haben Spiegel, wir haben Krawatten und wir haben natürlich auch Bonatelli-Anzüge. Denn wie heißt es schon immer sehr treffend? Kleider machen Leute. Und wir von der Lagerkleiderfabrik wissen, wovon wir sprechen.